Freitag 28. September 2018 22.27 Leiftika, Spielplan, Tabelle Hertha BSC hat nach dem Dämpfer in Bremen zurück zur guten Form des Saisonstarts gefunden und den FC Bayern vorheimischer Kulisse 2 zu 0, 2 zu 0, besiegt. Vedat Ibišević brachte die Berliner per Elfmeter in Führung 23. Minute und drei Duda veredelte eine sehenswerte Hertha-Kombination zur Zwei-Tore-Führung vor der Halbzeit, 44. Hertha zieht durch den Erfolg in der Tabelle mit dem FC Bayern nach Punkten gleich, die Münchner behalten jedoch dank der besseren Tordifferenz den Spitzenplatz. Aufhandlungsschnelligkeit kann Spiele entscheiden, diese Lehre sollte der FC Bayern aus der ersten Halbzeit im Berliner Olympiastadion ziehen. Erst war es Jérôme Boateng, der nach einem abgewährten Kopfball von Vedat Ibišević nachsetzen wollte und Salomon Kalou im Strafraum abräumte. Ibišević traf per Elfmeter zum 1 zu 0, 23. Dann war es die gesamte Bayern-Abwehr, die eine zügig vorgetragene Kombination von Kalou, Valentino, Lazzaro und Duda nicht unterbinden konnte, die letztgenannter zum 2 zu 0 Vollstreckte, 44. 40. Fotostrecke 7 Bilder Fotostrecke, Harohe. Der FC Bayern hatte in der ersten Hälfte deutlich mehr Ballbesitz, kam auch zu Torchancen, traf jedoch das Berliner Tor nicht wie Robert Lewandowski, 19. und Arjen Robben, 39. oder blieb mit den Schüssen in der Hertha-Abwehr hängen wie Joshua Kimmich, 25. und Thiago Alcantara, 41. Die meisten Bayern-Angriffe harmlos auch in der zweiten Hälfte waren die Münchner spielbestimmend. Doch die acht Torschüsse innerhalb von 15 Minuten seit Wiederanpfiff bleiben allesamt ungefährlich. Das lag auch daran, dass die Berliner Verteidigung sie nicht in aussichtsreiche Abschlusspositionen kommen ließ oder die Schüsse von dort blockte. In der 68. Minute kam es dann doch nochmal zu einer gefährlichen Situation im Hertha-Strafraum. Boateng verlängerte eine Ecke per Kopf, Torwart Thomas Kraft kam gerade noch an den Ball, um ihn an Lewandowski und dem eingewechselten Serge Gnabry vorbeizuschieben. Hertha rückt damit vorläufig auf den zweiten Tabellenplatz und reist am kommenden Wochenende nach Mainz. Der FC Bayern tritt schon am Mittwoch zum Heimspiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam an. Hertha BSC FC Bayern München 2 zu 0, 2 zu 0, 1 zu 0, Ibišević 28. Voul Elfmeter, 2 zu 0, Duda, 44. Berlin, Kraft, Lazaro, Stark, Rekip, Mittelstädt, Skelbrett, Maier, Kalou 71. Lecky, Duda, Diel, Rosun, 90. Zweiast, Schemski, Ibišević 53. Selke, München, Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Thiago, James 72. Wagner, Renato Sanchez 63. Gnabry, Robben, 52. Müller, Ribery, Lewandowski, Schiedsrichter, Fritz, Gelbe Karten, Diel, Rosun, Duda, Ibišević, Kimmich. Zuschauer 75.000